Hey Foodies! An so heißen Tagen wie heute habe ich immer relativ wenig Hunger und bevorzuge lieber was leichtes, irgendwas, was man zwischendurch mal essen kann, was einen aber nicht so träge und müde macht. Perfekt für solche Tage sind richtig gesunde und nährstoffreiche Rezepte wie das von heute. Wir machen nämlich einen grünen Wrap mit Räucherlachs, mit Frischkäse, mit Salat und vielen anderen leckeren Sachen. Was ich da alles reinpacke und wie du ihn dir nachmachen kannst, erfährst du jetzt. An Zutaten brauchen wir dafür vier Eier, zwei Hände voll Spinat, zwei Salatblätter, etwas Räucherlachs und da kauft ruhig eine richtig gute Qualität. Außerdem eine Avocado, eine Gurke, etwas Zitronensaft und Frischkäse. Das sind die Zutaten, die ich benutze. Ihr könnt ein paar von diesen Zutaten auch austauschen. Macht im Grunde rein in den Wrap, was ihr möchtet. Aber heute ist euch sicherlich schon aufgefallen, benutzen wir keinen richtigen Wrap, sondern wir machen uns mehr oder weniger sowas wie ein grünes Omelette. Sieht total fancy aus und schmeckt tatsächlich auch ziemlich gut. Und um dieses Omelette kümmern wir uns jetzt auch als erstes. Ich habe hier Spinat und den werde ich erstmal abwaschen. Zu dem Spinat gebe ich noch zwei, drei Salatblätter. Die kann ich direkt mitwaschen und sortiere sie dann gleich wieder auseinander. Falls ihr keine Ahnung habt, was ihr mit dem restlichen Salat macht, der jetzt übrig bleibt, dann klickt mal da oben auf die Infokarte. Da habe ich euch nämlich ein leckeres Salatrezept verlinkt. So. So, eine Salatschleuder ist unglaublich praktisch und hat tatsächlich mein Leben ziemlich verändert, denn danach habe ich deutlich mehr Salat gegessen, einfach weil er besser geschmeckt hat. Ich habe nämlich früher mal den Fehler gemacht, ihn einfach so mit der Hand unterm Wasser zu waschen und dann kurz so trocken zu schütteln. Aber dadurch bleibt viel zu viel Wasser an dem Salat heften und dadurch schmeckt der Salat einfach verwässert und nicht wirklich gut. Und dementsprechend habe ich mir eine wunderbare Salatschleuder gekauft. Da muss man nur einmal kurz dran drehen und schon ist das ganze Wasser rausgeschleudert aus dem Salat. Und ihr werdet jetzt sehen, all dieses Wasser, was jetzt hier drin war, das ist jetzt nicht im Salat drin. Und dementsprechend schmeckt der Salat mehr nach Salat. Ich werde jetzt den Spinat und den Salat wieder auseinander sortieren, denn wir müssen mit dem Spinat gleich was anderes machen als mit dem Salat. Der Salat ist ja nur so die Füllung nachher. Aber der Spinat, der hat eine richtige Aufgabe. Der macht nämlich unser Omelette gleich grün. Ich gebe den Salat hier schon mal in einen kleinen Behälter. Ihr könnt ihn genauso gut in einen Mixer geben oder in eine Küchenmaschine. Hauptsache ist, dass der Spinat jetzt mit den Eiern gut vermischt wird. So, das kann an die Seite. Und jetzt schlagen wir die Eier rein. Dazu kommt jetzt auch noch ordentlich Salz und nicht zu wenig, denn so mit Ei zusammen kann man schon echt viel Salz verwenden. Und jetzt werden wir das Ganze mixen. Nebenbei kann ich auch schon mal eine Pfanne erhitzen. Einfach auf mittlere Stufe. Und wenn der Spinat dann komplett klein ist, können wir gleich mit dem Anbraten beginnen. In die Pfanne gebe ich ein bisschen Rapsöl rein. Und wenn das Öl dann heiß ist, geben wir ungefähr die Hälfte von dieser Flüssigkeit in die Pfanne und braten es jetzt einfach wie ein völlig normales Omelett an. Nur, dass es halt grün ist und ein bisschen Spinat drin hat. Die Nährstoffe davon sind jetzt natürlich umso besser, denn in dem Ei ist jede Menge Protein drin. Und in dem Spinat ist dann noch Eisen drin, viel Vitamin C auch. Und dementsprechend ist es ein richtig gesundes Omelett. Während das jetzt anbrutzelt, das dauert so drei, vier Minuten ungefähr, können wir uns schon mal um die restlichen Sachen kümmern. Zum Beispiel um die Avocado. Die werde ich einfach einmal halbieren. Und dann direkt in der Schale in so Scheiben schneiden. Und auch die Gurke werde ich schon mal klein schneiden. Falls ihr bei der Gurke die Schale nicht mögt, könnt ihr die natürlich vorher schälen. Ich esse sie mit. Und dementsprechend werde ich jetzt einfach das Ganze in längliche Streifen schneiden, sodass sie schön im Wrap untergebracht werden können. Wenn er auf der Oberseite dann so leicht matt wird, ist es an der Zeit, mal drunter zu schauen. Und ja, er wird so langsam braun. Dementsprechend flippen wir ihn einmal. Beim Flippen natürlich aufpassen, dass unser Omelett nicht auseinander bricht. Denn ansonsten können wir es gleich nicht mehr so schön einrollen. Von der zweiten Seite braucht es dann nur noch ungefähr eine Minute. Und dann ist unser erstes Eieromelett schon fertig. Die Masse reicht übrigens ungefähr für zwei bis drei von diesen Wraps. Also werde ich gleich noch ein bisschen weiter braten. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie man das Ganze jetzt noch bestreicht. Ich werde erstmal ein bisschen Frischkäse nehmen. Und ich bin nicht so ein riesiger Frischkäse-Fan. Und deswegen nehme ich etwas weniger als vielleicht der ein oder andere von euch. Den verteile ich gut in dem ganzen Wrap. Darauf kommen dann jetzt zwei Salatscheiben. Diese Wraps, die kann man übrigens sowohl kalt als auch warm essen. Ich habe jetzt schon ein bisschen von der Gurke reingegeben. Als nächstes kommt dann die Avocado rein. Und die kann man jetzt einfach so mit einem Löffel aus der Schale rausheben. Und hat dann diese kleinen Spalten. Ich nehme es einfach mal in die Hand. Ist einfacher. Und wie ihr seht, dieses Essen ist wirklich extrem grün. Ich glaube, der Hulk würde dieses Essen sehr mögen. Und jetzt fehlt noch unser Räucherlachs. Den platziere ich auch noch hier drauf. Bei Räucherlachs lohnt es sich wirklich ein paar Euro mehr auszugeben. Denn je mehr man ausgibt, desto bessere Qualität bekommt man tatsächlich auch bei Fisch. Das ist bei Räucherlachs ein sehr gutes Beispiel. Ich habe für den auch relativ viel ausgegeben. Ich glaube, die ganze Packung hat so 5 Euro gekostet. Aber dafür schmeckt er auch dreimal so gut wie der billige. So, das wird jetzt vorsichtig umgeklappt. Und ich glaube, ich war ein bisschen zu gierig. Ein bisschen zu großzügig beim Befüllen. Aber nee, es passt schon. Das geht wunderbar. So, nochmal aufklappen das Ganze. Zitrone habe ich nämlich vergessen. Und Zitrone darf natürlich absolut nicht fehlen bei diesem Essen. Gerade bei Lachs. Und dann gebe ich noch ein bisschen was von meinem besten Salz und meinem besten Pfeffer oben drüber. Das rundet dieses Essen jetzt wunderbar ab. So, wir klappen das Ganze wieder ein. Einmal umschlagen und darauf achten, dass da noch genug Platz ist. Aber es passt gerade so. Den zweiten mache ich, glaube ich, ein bisschen leerer. Aber, tadaa, wir haben einen wunderbaren grünen Wrap. Und ich finde, der sieht echt ziemlich cool aus. Macht auf jeden Fall Appetit und zeigt, dass es ziemlich gesund ist, was wir hier gerade machen. Und schaut euch das mal an. Habt ihr jemals ein so gesund aussehendes Essen gesehen? Im positiven Sinne natürlich. Und ich mache jetzt auch mal den Geschmackstest. Das Essen ist wirklich genial. Vor allem diese Konsistenz da drin. Der weiche Lachs, der natürlich irgendwie der Hauptgeschmacksgeber dieses Essens ist. Dann der knackige Salat, die Avocado und was haben wir noch reingepackt? Die Gurke natürlich. Die bringt auch so eine schöne Knackigkeit rein. Probiert es auf jeden Fall unbedingt mal aus. Das sieht wirklich klasse aus, dieses Essen. Es schmeckt genauso frisch, wie es aussieht. Und es ist einfach richtig gut für den Körper, weil da jede Menge gute Sachen drin sind. In dem Sinne, macht es nach. Schreibt mir gerne eure Fragen oder auch euer Feedback unten in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf. Und ich freue mich auch, euch im nächsten Video dann wiederzusehen. Bis dann. Ciao.